Ich finde es schon schlimm, dass ich keine Katze habe. Das ist ganz gruselig für mich. Der hat doch schon ein blutiges T-Shirt an. Hemd. Ja, ich habe mir die Katze noch ganz schnell geholt. Und Bindung. Die wichtigsten Sachen habe ich mir geholt. Und ich bin der Anführer. Ihr kriegt irgendwie alle Zusatz. Zeugs, wenn ich nur in eurer Nähe bin. Ja, ich habe dieses komische Gruppending. Das wäre auch schneller, wenn wir zusammen in einer Gruppe operieren. Äh, operieren. Ich bin schon völlig 40. Operieren. Oh, da habe ich doch wen gesehen. Einen kleinen Umhang. Wer war denn das da? Bitte keinen Umhang. Also wenn es irgendein... Stealthkiller ist. Das ist der Clown. Der Clown ist es. McClowning. Er hat gegen meinen Jen getreten. Doch ich habe mich gut versteckt. Und ich bin wieder da. Das ist nicht der Clown. Nicht? Der Fallensteller. Oh, fick. Fick die Henne. Tanatophobius. Hä? Aber der hat doch so einen Wrack angehabt, oder? Ficker. Es tut mir leid, aber bei Tanatophobie kommen bei mir auch die zwei Pfeile, dass ich schneller reparieren kann. Und er repariert schneller. Das geht nicht langsamer dadurch. Dann müssen wir uns mal durchlesen. Ich wollte hier voll die Palette, ne? Also Tanatophobie ist eher ein Vorteil für uns. Er hat keinen Bock mehr auf mich. Ist gut. Nein, es ist langsamer. Das müssen wir durch. Das stimmt nicht. Es wird schneller. Oh, Gott. Nein. Oh, ich habe mich zu sicher gefühlt. Den haben wir. So, ich komme mal zu dir, dass ich dich gleich rette. Jo. Ich saß da und habe meinen fetten Arsch. Er stellt links von mir eine Falle hin. Und nochmal links hinter mich. Guckt mich an. Und läuft links hinter mich weg. Hast du Angst hat, den Generator gemacht? Ja. Was machen die anderen? Die schleichen hin und rum. So, warte mal. Ich bin jetzt bei dir. Ja. Von da, wo du kommst, da ist eine Falle. Also da noch nicht, aber jetzt gleich. Vorsichtig, im hohen Gras. Genau, da kannst du lang. Hier kann ich lang. Und wie gesagt... Hier ist doch einer. Ja. Aber das hört er, ne? Ja, aber ja. Und links von mir auch an diesem Durchgang. Geh mal da lang, wo wir lang können. Er kommt. Von wo? Ja, von links. Und mal jetzt ruhig verhalten. Er verfolgt dich. Kannst du springen irgendwo? Nee. Er kommt auf die... Von links kommt er. Von links kommt er. Hat mir einer reingedrückt? Danke, danke. Das ist ja lieb. Geh ins Haus, geh ins Haus rechts rein. Die sind auch oben am Jen drin. Genau da. Er hat mich gleich. Da ist kein Eingang. Oh Gott. Komm hier hinten lang, komm hier hinten lang. Komm hier hinten runter. Hier ist ein Brett, hier ist ein Brett. Nutze es. Ich kann nicht. Sehr gut. Oh. Wo sind die anderen Brumser? Komm her, komm her. Oh, ich hätte dir Sprintboost geben können. Ich habe mir selber eingegeben. Er ist unten im Arütel drin. Aber ich laufe gerade ins... Ich glaube, ich laufe ins nirgendwo. Egal, versteck dich. Er folgt dich noch. Er verfolgt dich. Ja, ja. Er verfolgt mich. Er geht links rum, direkt hinter dir. Scheiße, hier ist nichts mehr. Wenn du auf mich in die Mitte zukommst... So eine Ficky-Bumse-Sau. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, er hätte ja auch dich verfolgen können. Aber er mag meine rote Brille nicht, offensichtlich. Ja, das muss es sein. Keine Falle. Ich habe hier irgendein Special-Ding. Ich gebe dir das mal. Ich habe eine Spritze. Okay, dann benutzt es. Wie geht das nochmal? Kann ich auch nicht machen. Ich habe irgendwas, aber es geht nicht. Benutzt mal die Spritze. Hast du das Blutstillungsmittel? Ja. Wie geht denn das? Nee, irgendwas anderes. Das funktioniert genauso. Nee, irgendeine Spritze, aber irgendwie... L1 funktioniert nicht. Ach, ich habe keine Fähigkeiten-Checks, deswegen. Wollen wir mal zusammenbleiben? Hier, wo du geflüchtet bist, da ist... Nee, er verfolgt heute jemanden und er ist bei mir. Da ist auf jeden Fall Jen. Da, wo ich gerade vom Haken bin? Ja. Wenn du dann aufs Haus in die Mitte guckst und dann links, neben so einem großen Holzhaufen. Ich sehe ihn, glaube ich. Also ich sehe... Das ist aber auch der Killer. Und fang da, wo der gerade. Oh, Schatz. Ich bin da drin. Nee, dann gehen wir... Du es nicht. Du es nicht. Oh, fuck. Geh weg, geh weg. Geh doch mal da rein. Geh doch mal rein. Versteck dich irgendwie. Nee, zu spät. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Er hat mich. Er verfolgt mich. Er geht hinter dir her. Er geht hinter dir. Er will dich. Nicht retten. Ich mach's. Tut mir leid. Ich geh mal auf die andere Seite. Kein Bock mehr. Ja, das geht. Nicht alle, ne? Ich will auch gerettet werden. Ich hab mich geopfert hier fürs Team. Achso, du liegst am Boden. Ja, ich bin... Ich hab mich gezeigt. Das ist sehr... Nein, ich bin eine fucking Falle. Er kommt zielstrebig auf euch zu. Rette mich, Digga. Digga. Der andere kann doch jetzt mal schalten. Komm her. Mach dich her. Blödes. Ich kann mich nicht heilen. Versteck dich. Versteck dich. Du bist tot. Du bist die Einzige, die dein Tod ist. Du hast völlig recht. Hier ist keine Falle. Jetzt bewegt dich. Alter, Dwight. Rette deinen Namensvetter. Gib mir mal ne kleine Heilung. Ne kleine Heilung. Gib mir mal ne kleine Heilung. Ne kleine Heilung. Ne kleine Heilung. Ne kleine Heilung. Hey Nacho, heil mich. Ne kleine Heilung. Ne kleine Heilung. Ne kleine Heilung. Geht's dir kleiner. Der MRT-Saya hing ja noch gar nicht. Brauchen wir noch einen Generator. Ja, er ist schon wieder bei uns. Danke. Vielen Dank. So, aber der eine Jen hier, wo ich gerade hing, da war einer und der, der, oh, hier ist er. Irgendwo hier schlanz da rum. Ich krieg tapfer Punkte. Warte mal, wenn der hier war, naja, kein, oh, ist wieder bei Null. Kommt wieder her zu mir. Ich hab ziemlich Schiss hier. Oh, was ist denn das hier? Okay, er kommt her. Er ist ja nüscht. Oh, fuck. Kommt einer. Ich bin gerade reingedrückt. Scheiße, ich bin seine Kack-Falle gelatscht und so eine dumme Falle. So was easy peasy ist, was man einfach hätte. Ja, wir brauchen einen. Wah! Ich hab noch einen Generator gefunden. Wo ist er denn? Wo ist er denn jetzt? Keine Ahnung, irgendwie in der Hütte, im Lippen drin. Ich hab' dumm. Guck dir mich an. Okay, ich bin am Generator. Sehr gut. Er ist nicht mehr bei mir. Aber er ist noch hier in der Mitte in der Hütte. Ja, ich bin hinter der Hütte. Ich hab' ihn gerade kurz gesehen. Fuck, meine Heilung reicht nicht aus. Was Kackiges. Keiner von euch ist bei mir in der Nähe. Du bist an dem Generator hinten. Oh, er hat den anderen, das ist gut. Ich komm' zu dir. Kannst du mich noch ganz schnell heilen? Ich hab' nämlich schon die Hälfte. Pass auf nicht, dass er in der Falle lasst. Sehr gut. Er ist weit weg. Hast du die Katze? Ja, ich hab' die Katze. Ich sag's dir, das geht mit Tandatur für Bilge. Und ich hab' hier, ähm... Du siehst ja unten diese Symbole. Ja, ich auch. Das hab' ich auch. Wir haben das doppelt. Guck mal, wie das... Alter, wie schnell das geht. Ratzebutz. Pass auf beim Ausgangstour, ne? Pass auf die Falle auf. Es könnte durchaus eine da liegen. Welches? Rechts, links. Haben wir einen Ausgang? Den rechten, oder? Ich glaub' da war er gerade aber okay. Ah, wir lassen ihn mal den linken nehmen. Ich mach' einfach... Da kommt auch der andere Dwight. Der andere Dwight kommt auch. Ja, versteck dich dann einfach nur in der Nähe da. Oh, hier. Willst du hier nochmal gucken? Ja, dann mach du doch lieber die Tür auf. Ja, aber der andere mach doch auf. Der andere Dwight. Hast du eine Taschenlampe? Nee, ich hab' gar nichts. Dann nehm' ich mit. Ach, dann nehm' ich deine Heilung mit. Ja. Alles mitnehmen. Ich mein' ja verbraucht. Ja. Ja, die ist auch verbraucht, aber... Die kannst du ja... Oh, er ist hier. Er ist hier, versteck dich, versteck dich. Und er hat noch nicht aufgemacht, ne? Nee. Nee, aber er geht wieder. Okay, er macht auf. Das schafft man. Versteck dich hier, ne? Versteck dich. Nein, es geht doch schneller, wenn ich hier mit meinem Power-Modus bin. Ah, stimmt. Er ist weit weg. Er ist weit weg. Jetzt kommt er langsam, glaub' ich, auf uns zu. Mach das Ding auf! Der andere wird verfolgt, deswegen. Ja. Ja, wirklich, ich kann entgegen gehen. Wo ist er denn? Ich hab' ja hier Bindung. Frage, wo ist er denn? Ich geh' ihm mal, ich bin jetzt bei der Killerhütte. Äh, der andere hart's da rum. Wenn ich jetzt in die Falle latsche... Nee, lass' es. Kommt zurück. Ich bin schon auf dem Weg. Ich bin auf der anderen Seite. Ich mach' das andere Tor jetzt auf. Fuck. Oh, der ist ja meilenweit weg. Wo ist denn das andere Tor? Hinter der Killerhütte? Ja. Hab' ne Falle deaktiviert, mach' jetzt auf. Warte mal, wenn er mich... Wo die Katze... Mach' auf jetzt! Wir können trotzdem noch retten. Beziehungsweise. Das ist ne Falle. Scheiße. Wir können trotzdem noch retten. Ich nicht. Er kommt her, er kommt zu uns. Ich hau' ab. Der andere Dude muss es machen. So, ich bin weg. Der andere Dude hätte jetzt eigentlich genug Zeit, um es noch zu packen. Er macht ne Falle bei dem Ding, wo ich grad abgehauen bin. Macht er direkt in die Mitte die Falle. Ja. Alter, spannende Runde. Jawohl, er wird gerettet. Sehr gut. Der andere hat gut geschaltet. Er macht noch ne Falle dahin. Ich glaub', ich geh' zum anderen Ausgang. Ja. Die anderen kommen von der... Da, wo du hinguckst. Von der Seite müssten die kommen. Von links jetzt. Hau ab. Hau ab. Er kommt aber auch. Ja, natürlich. Hau ab. Hättest Sprint... 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 Sprintboost noch nehmen können. Mal rauf und hau' ab. Warte noch kurz für... Nee. Okay. Und weg. Tschüss, du Penner. Die anderen beiden sind direkt vorm Tor und warten. Jawohl, jetzt können... Sehr gut. Sie können entkommen. Sie können entkommen. Er ist dran vorbeigedackelt. Oh ja, ja. Sehr geil. Alle entkommen. Ja. Und es war sehr spannend. Ich dachte, ich schaff's nicht. Alter, spannende Runde. Die Dwight Collection. Das gibt einen Pip. Bei mir auch. La Pipolös. Ui. Da hab ich mal die zweitmeisten Punkte. Gegeiert. Kieler 10. Level 10. Also... Ola. Ah. Vielen Dank.